Was passiert, wenn man in der Brawl Stars Creator Code Anzeige viermal Slash Gratis Gems eingibt? Bekommt man dann wirklich Gratis Gems? Gratis, warte, Gratis Gems eingeben und viermal abschicken und jetzt, pass auf, drei, zwei, eins... Was, Digga, ich krieg ganz viele Juwelen, Junge! Ja, hä? Ich hab fast eine Million Gems, hä?